Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um die Sparda Spendenbank. An Schulen wird in vielerlei Hinsicht innovativ gearbeitet und gedacht. Nicht nur um Schüler auf die Digitalisierung und Globalisierung vorzubereiten. Unter dem Motto, wir erkunden neue Wege, fördert die Sparda Bank West im Auftrag ihres Gewinnsparvereins in diesem Jahr Schulen die Neues wagen. Dazu werden 200 Projekte von Grund- und weiterführenden Schulen mit insgesamt 400.000 Euro unterstützt. Wir nehmen mit dem Projekt neu daran teil. Dies besteht aus Natursport, Erlebnispädagogik und Umweltschutz. An den diesjährigen Projekttagen geht es um das Thema Natur- und Umweltschutz. Dort lernen wir zum Beispiel, wie wir uns in der Natur richtig verhalten. Am Ende werden dann alle Arbeitsergebnisse in ein Umweltschutzhandbuch zusammengefasst. Mit dem gewonnenen Geld wird dann zu Beginn des nächsten Schuljahres eine Natursport-AG gestartet. Für die Theoriestunden werden die benötigten Arbeitsmaterialien gekauft. Und für die Praxisstunden werden dann zum Beispiel Klettausrüstungen besorgt. Damit werden wir sogar die einzelne Schule in Solingen, die welche besitzen und anbieten würde. Außerdem werden mit dem Geld die Busfahrten der Exkursionen zum Beispiel zum Nationalpark Eifel oder zur Wuppe bezahlt. Am Ende der AG gibt es noch eine Abschlussfahrt. Entweder eine Segereise ins Wattenmeer oder auf Wildnisfahren durch den Nationalpark. Du findest unsere Idee toll? Super! Und du möchtest uns helfen? Noch besser! Denn das kannst du noch bis zum 6. Juni! Alles, was du dafür brauchst, ist einmal auf den beigefügten Link zu drücken. Dann gibst du auf der Internetseite deine Telefonnummer ein. Daraufhin erhältst du drei Codes per SMS. Diese gibst du wieder auf der Internetseite im zweiten Shot ein. Und zusätzlich schreibst du sie mir bitte aber auch noch in die Kommentare. Warum auch noch in die Kommentare? Ganz einfach. Ich brauche die Codes, um sie in eine Liste einzutragen. Diese Liste geben wir später ab und zählen zusammen, welche Klasse am meisten Codes gesammelt hat. Also würde ich mich um deine Hilfe sehr freuen. Vielen Dank! Hier ist noch eine kleine Übersicht, in der du sehen kannst, wie viel Geld es für welchen Platz gibt. Vielen Dank! gospel